so willkommen zurück zu terminator resistance machen natürlich genau hier weiter und zwar mitglieder des widerstands nimm an der schlacht teil wir wollen die so rum hier mensch na leute heukler ok Gehen wir weiter! Ihr zwei folgt mich! Wir müssen diese Sicherheitssysteme erreichen! Ja, Herr! Spiders vor! Ich habe es! Leid den Weg! Weiter, 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 weiter! Ich schlage den Skynet-Angriff zurück! Okay! Oh, der Bus, ey! Angriff! Oh, hier ist was los! Komm schon, komm schon! Oh, und T-800! Holy Shit! Sehr schön! Na, er brüht hier rum! Ich brauche ein bisschen Muni, sehr schön! G-47! Schau! 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 Ach du Scheiße, wer ist er denn? Schau! 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 Ach du Scheiße! Schau! hast du schon! Videal und leist! Nicht schlecht Oh, Flammenwerfer, okay Öffne die Küste Oh, ich brauche Granaten Sehr schön So muss es sein Oh, heil dich, heil dich Oh, fuck, 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 fuck Nachladen Oh, war das knapp Oh, hier ist ein ganz großer Oh, klar Dann bleibt man stehen Hilf, Alben Bin dabei Na dann, let's go Oh, was Was ist das denn Was war denn das Oh, 60 Meter Boah, Föhre Große Finale, oder was Boah, die T-800er sind so hartnäckig Es ist klar Warte hier, ich gehe den Doktor Oh, das ist schön einsammeln hier Warum muss ich den Doktor holen Alben Oh, mein Gott Ich bin wirklich glücklich, dass du Was ist hier passiert Warum sind die Systeme nicht funktionierend? Sie funktionierend, aber ihre Target-filterung hat sich auf die Nicht-Hustelle Einer von Baron kam mit dem Veränderung um es zu verändern Also, ich habe es Baron Messenger Wir müssen jetzt Ja, wir machen das Ich bin bereit Ja, dann kommen Oh, Mann Meine Maus, ey Oh, meine Maus bewegt sich nicht Mann Diese scheiß Drecksmaus, ey Mann Belastend Ey Meine Maus abgekackt, oder was Hallo Oh, nicht bei der Aufnahme hier Mann, ey Oh, schnell, schnell I like this I don't like any of this Ariel Ok, go It's turning around It's right behind us Don't look back Good idea Naja, perfekt Ey, im letzten Part, Alter, muss meine Maus spinnen Ey, hallo? Krass Zuflucht des Widerstands All die Vorteile, die wir erarbeitet haben Sind nun verloren Das Stadtzentrum ist verschwunden Und die Vernichtungslinie wird weiter vorrücken Wir müssen vorbereitet sein, was immer auch kommen mag Ich dachte, wer schon das Ende Mission aktualisiert Sprich mit Baron, okay Hallo Rivers, you want to explain to me what the hell happened? We lost downtown I know that much, but how's that possible? What happened to our defense systems? Alvin says one of our soldiers came with an order directly from you To reset the target settings for non-lethals He said what? All right This is what I want you to do Find whoever is responsible for sending that order All the messengers have GPS tracking So we're keeping tabs on their location Find them and bring them to me Understood And Rivers Despite what I might say about our resident egghead I truly have a hard time believing that my men are incompetent So expect the unexpected And you know what I mean by that Do you think the infiltrator is back? We won't be sure until you find those messengers and confirm my suspicion As soon as you know what's going on, radio me Baurons Geschichte Wer ist Perry? Soll ich die Funkstühle brechen? Who's Perry? You mentioned him before The best soldier I ever fought beside He was the one who brought me into the resistance It's actually a funny story Years ago, when I was just a kid I saw Skynet drone attacking some guy Without thinking, I grabbed a rock and jumped on it The guy was screaming the whole time While I beat the metal to the ground Only when I was done Did I realize that he was trying to stop me? Eine Drohne mit einem Stein zerstören? Wie es aussieht, waren sie als Mädchen nicht ohne? Dieser riesige Kerl war das Perry? Was geschah eigentlich mit dem Wissenschaftler? Klingt, als wäre da jemand erst spät zur Kampagne zerstört, Skynet gestoßen. Das überrascht mich nicht. Du warst immer noch ein Kind. Als erstes stößt du mir Teil, das gehört, das uns gehört. Das fängt ja gut an. Äh, der Erste. Soll ich die Funkschule brechen? Bayern Kuss, die sprich. Begib dich zum Lagerhausbezirk, ey. Okay. Jacob, du hast ein Minute? Was ist? Ich weiß, dass du dich beschäftigst, aber ich habe etwas gefunden. Ich glaube, dass du dich möchtest. Ein Tape von damals. Ich will es für dich spielen, aber meine Boombbox ist verletzt. Also, wenn du da bist und du einen, der funktioniert, bringst du es mir. Okay? Kannst du nicht fragen, Jennifer oder einen anderen Schwerger für Hilfe? Ich habe schon, aber sie können nichts finden. Juste denken, okay? Na, schauen wir mal. Ob ich dir was mitbringe. Funk für Bayern. Begib dich zum Lagerhausbezirk. Okay, alt ist gleich. Lagerhausbezirk. Kommander Bauern möchte, dass ich das Boden-Team finde, das den Befehl gab, der unsere Verteilungssysteme sabotierte. Sie sind mit dem GPS dann ausgerüstet und halten offenbar einen Aussichtspunkt in der Nähe des Lagerhausbezirks. Na dann, hört sich doch gut an. Okay, ich sehe zwei GPS-Trackers. Wer sollten unsere Leute sein? Was zur Hölle machen sie hier? Mehr Plasmas-Kontainer. Sieht so, dass Skynet hier für gut ist. Ja, kann ja nicht so schwer sein. Zeig mal. Ich meine, es gibt ja hier nur einen Weg. Flangthrower? Wenn ich mich zu nahe genug sein kann, um eine Bildung zu nehmen. Wie gemalt? Boah, nein, 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 nein. Scheiße, ein T-800er, ey. Boah, da kaffe ich mir viel Muni. So, wo ist denn der Typ? Kommt auch nicht mehr viel Muni, ey, Mann. So, hier ist eine schöne Küste. So, hier könnten wir abspeichern. Sehr schön. So, hier muss irgendwas sein. Ah, ja. Nicht gut genug, es muss perfekt sein. Es muss perfekt sein, alles klar. Wie dicht soll ich denn da nachhören? Ah, komm. Kommt doch das Bild hier, macht, ey. Toll, ein Plasmaturm. Holy shit, ey. Oh, heil dich, Mann. Oh, nein. Mann, das dauert wie so lange, das scheiß Nachladen. Man, das dauert viel zu lange, ey. Man, das dauert viel zu lange, ey. War schön, dass er mal ein Foto macht, ey. Endlich. Mach euch platt, alle, ey. Oh, und wie oft ich nur scheinen muss, ey. Wahnsinn. Oh, ich brauche halt eine andere Waffe, ey. Oh, ich brauche halt eine andere Waffe, ey. mortgage. Hier bin ich. Tai, dich. Wahnsinn, ey. Oh, wie viele hier sind. So, erstmal schon abspeichern. Herstellen. Fertigkeiten. Härte könnten wir machen, Rucksack. So. Wo kommt denn der scheiß Turm her jetzt? Was ist die Musik? Ja, da gehen wir mal gucken. Oh Gott, ey. Ja, mal gucken. Ah, wie komme ich da hoch? Ja, gute Frage, ey. Wie komme ich da hoch? Ah, er kasselt, ey, wenn man nicht weiß, wie man da hinkommt, ey. Ja, okay. Wer ist das hier? Das ist wahrscheinlich ein Schlapp. Boah, mein Schloss knacken. Mein Schloss knacken ist so niedrig, ey. Geh. 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 990 Nachrichten aus der Welt. Als ein Sprecher des Russischen Ministeriums für Atomenergie zum Ursprung des sämischen Aktivitäten auf einer russischen Versuchungsgelände für Atomwaffen vor zwei Wochen befragt wurde, antwortete er nur, ich weiß nicht welche sämischen Aktivitäten Sie meinen. Russland hat alle Atomtests freiwillig eingestellt und hält sich weiterhin an dieser Entscheidung. Na gut, scheiß auf die Tür, ey. Wir müssen ganz dicht dran sein. 85. Die Störungsfassilie. Sie sind einfach auf. Wenn ich sie schaufe, dann könnte es sie ein bisschen schlafen. Auch noch in meine Fresse. Das Signal wird stärker sein. Er sollte irgendwo hier sein. Oh Gott, verdammt. Sie haben seine Radio genommen. Barron war richtig, Skynet gehört. Zeit für den zweiten Tracker. Und dann noch der T-800er. Der T-800er. Der T-800er. Nicht mehr zum heilen, ey. Oh Mann, ey. Die ist oben, ne? Scheiße. Na, das war wohl nichts mehr zum heilen, ey. Der T-800er. Der T-800er. Der T-800er. Der T-800er. Ey, ein Stoß. Ich bin tot, ey. Mann, das ist doch scheiße. Der T-800er. Oh Gott. Der T-800er. Oh Mann. Brot vor Sack? Nee, möchte ich nicht. Oh, alter. Komm, komm. Ey, wie soll ich denn da hochkommen? Oh Mann, das wird ne enge Scheiße. Ach, genau, ey. Und wo solltet hecken, ey? Oh, ist das eine Scheiße. Da kommt doch kein Mensch durch. Alle die gesichert bis zum abwinken, ey. Ey, ich hab nix zum heilen, ey. Gar nix. So eine Scheiße. So eine Scheiße. So eine Sankt. Und jetzt mach' das. Okay. Dann machen wir es erst. Ja, war klar, dass er gleich zu mir kommt. Mann, das ist so scheiße, ey Ja, was soll ich denn auch machen, ey Oh, nee, ey Fuck it, ey Na, ich würde sagen Wir machen hier erstmal Stopp Und machen auf jeden Fall In der nächsten Runde weiter Also, was soll ich müssen?